Moin Leute, herzlich willkommen zur Spielbesprechung. Osnabrück gegen den HSV, Endstand 1 zu 2 und damit zum schlechtesten Saisonspiel des HSV. Das war grottig und wir müssen es trotzdem ein bisschen aufarbeiten. Wir fangen vorne an in der ersten Halbzeit, ging direkt gut los mit der frühen gelben Karte für Benisch, der danach immer so ein bisschen auf den Kicker war und mit ein bisschen Pech hätte vielleicht auch vom Platz fliegen können, was zum Glück ausgeblieben ist, aber am Ende auch völlig egal war. Dann haben wir direkt Osnabrücker gehabt, die gut im Spiel waren. Wir hatten in der fünften Minute eine große Chance vor Osnabrück. Da hat Moritz Heyer noch fast das sichere 1 zu 0 mit einer ziemlich starken Grätsche verhindert und nach der anschließenden Ecke direkt noch eine Kopfvoll Chance vor Osnabrück. Also sie sind sehr gut ins Spiel gekommen und dann erst so ab der, würde ich sagen, siebten, achten Minute fing es langsam an, dass das Pressing des HSV seine Wirkung zeigte, dass sie auch hoch drauf standen, Ballgewinne dann auch verbuchen konnten und dementsprechend ist auch das erste Tor gefallen in der 11. Minute. Wieder Jata, der mit einer starken Balleroberung den Angriff dann einleitet. Das ist eine Sache, die ich bei ihm in den letzten Wochen schon häufiger positiv hervorgehoben habe und auch dieses Mal hat das zu einem Tor geführt und Lars Lublinic nimmt den Ball direkt, leidet ihn weiter auf Glatzl, der haucht zart nicht im Abseitsstand. Das war ähnlich knapp wie letzte Woche gegen Elversberg, nur diesmal hat das Tor gezählt und Glatzl macht das auch richtig stark, kippt nochmal ab, zieht nach innen und haut ihn dann mit links irgendwie rein. Hat er sehr, sehr gut gemacht und ich hatte das Gefühl, dass so in den Minuten vor dem Tor und dann auch kurz nach dem Tor der HSV eine Sicherheit im Spiel hatte, Selbstbewusstsein hatte, es hat funktioniert und dann kam in der 16. Minute das Gegentor und das war wieder so eine Situation, die auch wieder so typisch HSV war. Das Spiel war ganz komisch geordnet. Reis stand irgendwie als Rechtsverteidiger und Van der Bremsen stand im Mittelfeld. Dann hat Reis irgendwie den Ball verloren, Osnabrück in der Hamburger Hälfte mit Ballgewinn. Dann hat HSV versucht sich irgendwie zu sortieren, Van der Bremsen ist wieder nach rechts gegangen, hat dann aber irgendwie rechts keinen Zugriff bekommen, der Ball kam in die Mitte. Dann hat wieder Reis, der zuvor den Ball ja schon verloren hat, den irgendwie mega unglücklich abgefälscht, prallte wieder nach vorne ab und dann war es am Ende Engelhardt, der dann aus der Drehung den ins lange Eck mithilfe des Pfostens irgendwie reingewemst hatte. Völlig unnötig dieses Tor und das hat das gesamte Spiel verändert, diese Situation, denn danach war der HSV total verunsichert. Es gab eigentlich nur noch Ballverluste, es gab keine vernünftigen Kombinationen mehr, keine Torchancen, die sie rausgespielt haben und Osnabrück hat das gemacht, was ich hier in jedem Video sage, hat auf die Ballverluste des HSV gelauert und wird nach Ballgewinn dann zack über die Außen mit Tempo einen unsortierten HSV attackiert und das ging im Prinzip das gesamte Spiel so. Ich zeige euch mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier den gesamten Spielfilm mache, noch einmal die Aufstellung, wie der HSV ins Spiel gegangen ist, nämlich mit Haya auf links, der den verletzten Moheim vertritt und mit Ramos, der Kapitän Schonlauf vertritt, der leider gefehlt hat und das hat man auch gemerkt, dass er nicht dabei war, ansonsten ist alles erwartbar gewesen und Haya und es tut mir wirklich leid, ich will jetzt auch nicht auf den Jungen eindreschen, weil der hat, glaube ich, auch genug Kritik irgendwie abbekommen, für die er auch oftmals nichts kann, weil er ist einfach kein Linksverteidiger, er wird trotzdem auf links aufgestellt. Ich verstehe es nicht, da ist ja mit Mikkel Brancis und Oliveira sind zwei Außenverteidiger noch im Kader. Haya ist kein Außenverteidiger, er war es nie, er wird es nicht sein und man tut dem Jungen keinen Gefallen und man tut der Mannschaft keinen Gefallen, wenn man ihn einfach als linker Außenverteidiger aufstellt und es ist auch einfach ein ziemliches Misstrauensvotum gegenüber den jungen Leuten, die da eben als echte Außenverteidiger dann noch in der Warteschleife sitzen. Das wurde zur Halbzeit korrigiert, dann kam Mikkel Brancis, der dann auf links gespielt hat, eigentlich ist er rechts seine Stammposition, aber er kann auch auf links spielen. Jetzt zeigt sich einmal mehr, dass es sehr risikoreich war, auf links dann niemanden mehr zu verpflichten, dem man dann auch vertraut offensichtlich, denn auf jeder Position ist man in irgendeiner Form doppelt besetzt. Haya kann ja zur Not dann als Rechtsverteidiger noch aushelfen, das ist noch eher seine Position als auf links, aber auch da ist er eben nicht ideal besetzt und ja, das merkt man einfach, dass das mit dem Fehlen von Muheim da eine qualitative Lücke klafft, Stellungsfehler auch von Haya in einer Situation, als es dann auch über seine Seite gefährlich wurde. Ansonsten aber auch Van der Brempt, der mir in den letzten Wochen sehr gut gefallen hat, mit einem sehr schlechten Spiel, insbesondere die erste Halbzeit, liefen auch viele Angriffe über seine Seite. Ja, es ist grausam, das mit anzusehen, was da insbesondere in der ersten Halbzeit gespielt wurde. Also nach dem Gegentor lief da gar nichts mehr zusammen. Das war wirklich fürchterlich, das schlechteste Saisonleistung. Wir fehlen da langsam auch die Worte, weil es auch wirklich immer das Gleiche ist. Sie verlieren vorne im Angriff den Ball, teilweise plump, nicht zu erklären. Der Gegner zackt mit ein, zwei schnellen Bällen irgendwie, entblößt er die offenen Außen und kommt zu Chancen. Es ist, ich weiß nicht, mir fehlen wirklich die Worte, es ist eigentlich immer das Gleiche. Und es gibt keine Mittel, die der HSV dagegen hat, um das in irgendeiner Form zu verhindern. Zumindest nicht in diesem System, was sie spielen. Ich greife natürlich auch nochmal kurz nach, wie Osnabrück gespielt hat. Das ist die Startelf von Osnabrück. Dazu muss man sagen, dass natürlich jetzt die Konstellation für den HSV auch denkbar schlecht war, weil Osnabrück eine Mannschaft ist, die zum einen mal zu Hause an der Bremer Brücke ein sehr enges Spielfeld hat und zum anderen eben auch recht schnell Außen hat mit Conte oder auch Wulff, die genau das, was ich gerade erwähnt habe, auch super ausnutzen können. Das Spielfeld ist eng, der Gegner macht die Passwege zu, attackiert früh. Je weniger Raum der HSV, dann hat für den Spielaufbau, desto schwieriger ist es dann auch da durchzukommen. Zack und dann gib ihm nach vorne und es kamen immer zu Chancen aus Sicht Osnabrücks. Ja, das ist die Aufstellung gewesen. Wir machen ein bisschen weiter bis zur Halbzeit. Wie gesagt, im Prinzip nur Osnabrück gespielt. Ich schreibe mir auf, hier immer wieder Ballverluste, Ballverluste, Ballverluste. Dann hatten wir in der 39. das 2-1 für Osnabrück. Van der Bremt hebt es abseits auf, steht irgendwie, ich weiß nicht, zwei Meter gefühlt hinter Ramos irgendwie und kommt nicht rechtzeitig raus. Dann kommt Osnabrück zum Abschluss. Heuer Fernandes hält, lässt ihn aber nach vorne abprallen und niemand läuft wirklich mit. Ich glaube, drei Osnabrücker sind eher am Ball theoretisch als irgendein Hamburger. Dirk Itee macht dann den Abpraller ins leere Tor rein. Es ist auch dieses Tor völlig unerklärlich und vermeidbar. Danach schwimmt der HSV regelrecht. Bis zur Pause kann man sich eigentlich glücklich schätzen, dass man da nicht noch höher zurückliegt. Cuisance noch mit einem guten Freistoß. Ja, Hühnerhaufen. Es war wirklich eine grausame erste Halbzeit. Und dann hat man ja gedacht, okay, in der zweiten Halbzeit würden sie sich jetzt vielleicht neu sammeln. Pustekuchen. Der von mir bereits erwähnte Wechsel wurde dann durchgezogen. Mikkel-Bronzis kam dann für Haier. Aber auch da wieder ohne Ende. Ballverluste, Ballverluste, Chance Osnabrück. Immer das Gleiche. 52. 57. Dann 57. Auch nach der nächsten Chance vor Osnabrück wurde Reis ausgewechselt. Ich glaube, er war nach einer Trainingsverletzung noch nicht fit für 90 Minuten. Königsdörfer kamen dann rein. 61. kam Öztinadi nochmal für Dompeh. Auch diese Wechsel sind im Grunde genommen verpufft. Dompeh war gar nicht auf dem Platz. Bei Dompeh lief überhaupt nichts zusammen. Jetzt nahe ich mir dann in der 69. nochmal mit einem Schuss. 72. nochmal eine große Chance vor Osnabrück. So ging es hin und her. Alle Osnabrücker Angriffe immer über außen. Alles über außen. Der HSV völlig überfordert. Und das 3 zu 1 lag mehrere Male in der Luft. Und der HSV hat im Grunde Glück gehabt, dass am Ende Osnabrück sich da mit zwei Toren begnügt hat. Kurz mal um das Ganze auch mit ein paar Daten zu unterfüttern. Expected Goals 3,76 zu, ich glaube 0,8 zu Gunsten Osnabrücks. Also auch die Zahlen sprechen da eine sehr, sehr deutliche Sprache. Ich zeige euch nochmal so ein paar andere Statistiken von Kicker. 2-1 Tore ist klar. Aber das hier. 16 zu 8 Torschüsse. Was willst du dazu noch sagen? Gar nichts. Also das ist unterirdisch gewesen. Und ein hochverdienter Sieg für Osnabrück. Die haben genauso gespielt, wie man gegen den HSV spielen muss. Und der HSV hat zum x-ten Mal gegen diese Art Fußball kein Mittel gefunden. Kein Plan B. Nichts, was in irgendeiner Form Hoffnung gemacht hätte, dass es in diesem Spiel noch anders wird. Das war ein Offenbarungseid. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, wo Osnabrück herkam. Um euch das jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz unter die Nase zu reiben. Ich aktualisiere das mal eben ganz kurz, um sicherzugehen, dass das hier in der Zwischenzeit sich nie noch geändert hat. Das ist die Tabelle. Osnabrück ist Tabellenletzter mit vier Punkten aus sieben Spielen. Die haben letzte Woche 7-0 in Hannover verloren. Also, das ist da, wo die Mannschaft herkommt. Davor hat der HSV gegen Elversberg verloren. Wir müssen hier nicht über den Aufstieg reden. Der ist in weiter Ferne. Der Aufgalopp war gut. Und die Ergebnisse zusammen, Beginn waren gut. Aber auch da muss man sagen, sowohl Hertha als auch Schalke waren zu der Zeit ebenfalls ein Trümmerhaufen. Das hat man ja in den Wochen danach auch gesehen. Schalke fängt sich jetzt so ein bisschen, Hertha, mal schauen. Aber das sind ja auch nicht die Mannschaften, die man erwartet hat, als sie aus der Bundesliga abgestiegen sind. Da hat man gedacht, okay, an Schalke und Hertha fährt erst mal keinen Weg vorbei. Das sind die beiden dicken Brocken. Wenn man aufsteigen will, muss man irgendwie an denen vorbei. Aber so ist ja nicht die Realität. Und deswegen sind die Siege gegen diese Mannschaften auch nicht jetzt überzubewerten, zu weil man da auch gegen Schalke einiges an Gegentoren gefressen hat. Das Hertha-Spiel war sehr souverän. Das war eine sehr gute Saisonleistung. Aber Hertha war auch einfach super schlecht. Also um das mal ein bisschen ins Verhältnis zu rücken. Und jetzt diese beiden Niederlagen. Und das, was da so frustrierend ist, ist, dass es immer wieder dieselben Sachen sind seit Jahren. Dass man gefühlt gegen diese kleinen Gegner sich nicht weiterentwickelt. Und wenn man diese Spiele verliert, dann steigt man nicht auf. Punkt. Wenn sich da nicht schnell was ändert, wird der HSV auch dieses Jahr nicht aufsteigen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Natürlich ist das eine gute Mannschaft. Und natürlich hat der HSV individuelle Klasse. Eigentlich rein von der individuellen Besetzung muss diese Mannschaft natürlich aufsteigen. Aber dann ist es vielleicht eine Systemfrage. Dann ist es einfach vielleicht, fehlt es an einem Plan B oder einem Plan C. Dann musst du halt gucken, okay, diese Art des Spiels funktioniert zu Hause gegen Gegner, die auch Bock haben, Fußball zu spielen. Funktioniert es vielleicht in irgendeiner Form. Aber auswärts in Osnabrück, in Elversberg, bei diesen kleinen Teams, die alle auf die Art und Weise spielen, wie gerade beschrieben, da brauchst du vielleicht dann irgendwie auch mal einen anderen Plan. Das kann doch nicht sein, dass man jede Woche einen Angriff nach dem anderen, nach demselben Strickmuster immer Ball gewinnen und über die Außen jedes Mal mit ansehen muss, ohne, dass mal irgendwie eine Alternative dazu entwickelt wird. Das ist auch zum Verrücktwerden. Und wenn das so weitergeht, der HSV wird wieder, wie die letzten Jahre auch, am Ende der Saison nichts zu feiern haben und viel zum Trauern. Also das war wirklich, ich bin wirklich immer noch konsterniert. Das war einfach so schlecht, dass mir wirklich die Worte fehlen für diese Leistung. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, ohne mich da großartig zu wiederholen. Großes Lob an Osnabrück. Wer nach einem 0-7 so zurückkommt, Aufbaugegner HSV am heutigen Tag. Großes Lob, die haben alles richtig gemacht. Der Einsatz, die Taktik, das war einfach alles richtig. Und da stand natürlich auch mit Schweinsteiger jemand an der Seitenlinie, der den HSV in- und auswendig kennt, der Tim Walter in- und auswendig kennt und dass der weiß, wie man gegen den HSV spielt, ist auch klar. Aber vermutlich weiß es eh auch jeder andere Trainer, ohne dass er mal mit Walter und beim HSV gearbeitet hätte. Jo, ich erspare mir jetzt selber und euch auch, dass ich weiter irgendwie Trübsalblase, mich aufrege, irgendeinen Rant hier in die Länge ziehe. Ich habe, glaube ich, einfach alles gesagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch was sagt. Schreibt mir das gerne in die Comments. Und wie habt ihr das Spiel heute gesehen? Muss man auch über den Trainer reden? Es ist ja nicht so, dass die Defizite jetzt neu sind. Das sind ja Sachen, die seit Jahren mit Tim Walters Spielstil auch einhergehen. Und muss man dann irgendwann auch mal darüber diskutieren, ob das dieser Spielstil für einen sportlichen Erfolg reicht oder mehr, sage ich mal, für Spektakel. Weil eins muss man ja sagen, in den letzten Jahren hat sich beim HSV vieles auch gut entwickelt. Das Stadion ist immer ausverkauft. Der Auswärtsblock ist immer voll. Auch heute wieder, was die Fans dort über 90 Minuten trotz dieses katastrophal schlechten Auftretens der Mannschaft abgeliefert hat. Das ist erst Liga reif, das ist Champions League reif. Also aus irgendeinem Grund hat es ja auch Tim Walter geschafft, oder zumindest hat er da eine Teilhaberschaft, die Stimmung im Verein wirklich zu verbessern. Und da ist einiges Positives passiert. Aber darüber hinaus reicht das so sportlich, um irgendwann mal wieder aufzusteigen. Oder sagt man sich, okay, ey, wir haben spektakuläre Begegnungen. Es gibt Emotionen, es gibt viel Trauer, aber manchmal auch coole Siege. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu. Ja, ich bin ein bisschen konsterniert und beende jetzt dieses Video. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich meine, nächste Woche geht es gegen Düsseldorf, wenn mich nicht alles täuscht. Und Düsseldorf ist derzeit Tabellenführer. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was dem HSVR liegt. Zu Hause zum einen natürlich, aber dann auch gegen eine Mannschaft, die sich nicht hinten reinstellt, die ihrerseits gewisse Ambitionen hat. Und dann wird es vermutlich, vielleicht gewinnen sie das sogar eher, als jetzt diese beiden Auswärtsspiele. Und dann ist wieder alles gut. Aber es ist ja nicht alles gut, denn die nächsten Spiele kommen. Und du musst gegen solche Mannschaften gewinnen, wenn du aufsteigen willst. So, ich habe jetzt die Nase voll. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Wochenende ist es wieder am Arsch. Die letzte Woche auch. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Zeit und freue mich, wie gesagt, über eure Kommentare. Ich liest mir die immer mit großem Interesse durch, insbesondere heute. Lasst mal eure Emotionen raus. Hier könnt ihr das machen. Hier judgt euch keiner. Also, tschüss Leute. Macht's gut.